Es gibt auch hier das Lesen, wo ich alles habe. Geil. Geil. Haben wir hier Bilder? Geil. Ok, wir finden welche Fotos. Wir finden welche. Merkwürdig. Das könnte auch wild sein. Wir sind vor allem. Verhalten. Hier ist ein Loch. Deine Frau. Das war. Im Training. Im Training. A 2. Ich bin nicht die Einzige, die da put the muffin away. Ich brauche noch ein Foto. Auf dem Tag, an dem wir uns kennen gelernt haben. Hattest du Löcher in den Schuhen und Socken, weil du so viel gelaufen bist? An dem Tag, an dem wir wussten, dass wir füreinander bestimmt sind, ziehten wir Händchen und schauten Stunden lang den Messerfall zu. Ein drittes Foto irgendwo. Ah, hier ist ein Foto. Oh, das ist eine Revoluzion. An dem Tag, an dem wir unseren ersten Streit hatten, bist du viel zu schnell um die Kurve gefahren. Und wir hatten fast einen Unfall. An dem Tag, an dem wir den Bund fürs Leben schlossen, sahen wir einen wunderschönen alten Baum von der Straße aus. Wir haben den Hügel erklungen, um ihn zu erreichen. Und darunter hast du einen Herrwärtsantrag gemacht. Gerade ist die Sonne untergegangen. Das ist auf einmal eine Tür. Ich war bisher nicht da. Da ist der Baum. Das ist doch alles hier noch ein Traum. Ein kleiner Baum. Wir sind irgendwie eingepennt. Das ist doch die Tür auf einmal. Das Haus in dem Tunnel. Das ist doch hier. Mit Tag träumend. Noch mal ziemlich sicher. Zwei Ehringer. What? Was passiert hier? Wir haben den Schlag nicht mehr gecharmelt. Was hat das jetzt mit Zwei zu tun? Die Reise ist das Einzige. Ja. Oh, kacke. Ich sehe schon, wen wir da haben. Wir haben ihn zurückgenommen. Wir haben ihn zurückgenommen. Wir haben ihn zurückgenommen. Eigentlich will ich nicht. Wir fahren nicht nach dem Motiv. Wir haben ihn dann geschossen. Wir haben ihn zurückgenommen. Wir liegen vor allem auf den Traum. Wir haben ihn zurückgenommen. Wir haben ihn zurückgenommen. Wir sind nach den linken. Wir sind nachdem, naufkommen in der Laufbahn. Wir sind nachdem. Wir können die pequeño Fähre zu sammeln. Du hast Zeit für einen Schnauze, dann. Nein. Jetzt sitz zurück und Spaß mit einem Happy Taxi. Alles, was gehört zu den letzten Künstlerinnen. I'm sorry for the mess. He left that behind, too. I'm sorry for the mess. He left that behind, too. I'm sorry for the mess. He left that behind, too. I can see why you would say that. Not a lot gets by you. I can tell. By the way, everything I'm telling you is the truth. Natural. That's not for your eyes. I have that for a home project. You shouldn't be this close to me. Enough. Now sit back and stay seated. Until you ride with a happy taxi. No. No. Sorry. I didn't. I'm going to turn the music up now. No. Do you like dinosaurs? I don't think so. Did you say something? Oh. I see. We haven't reached your destination. Oh no. I think I have a flat tire. Better take a look. Sit tight. Okay. Um. Can I do something? I don't want to die! No. 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 No, please. What did I say about disturbing the customer? No. 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 It's... It's something I know. Oh. No. Impressiv! Der, nee, das ist unter dem... dem Helfen ist gerade nicht... Ok, was passiert jetzt... aus der schlechten Grafik? Auf einmal... Was haben wir hier? So, hier verschwindet... So, hier verschwindet... Route 96... Ich gehe über die Grenze springen... Die Steine nicht vergessen zu kippen... Jetzt haben wir zwei... Gehen wir nicht lang... Da hat ein bisschen die Musik gefehlt in der Szene... Wo... Wieso hier... in der Straßenhand gegangen ist... Können wir auch was anderes machen... mal zu runterrutschen? Scheinbar nicht... Den Weg sind wir schon mal angegangen... Oh... Was? So hier... Was? Unter... Was ist das? Ja... Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ah, als ob du nicht wisst. Follow me. Wir müssen weg von der Straße gehen. Ich weiß, wo die Cave ist. Zumindest glaube ich. Mein Name ist Zoe. Ich weiß nicht über dich, aber ich hatte eine sehr gute Reise für dich hier. Es ist zu viel, jetzt zu kommen. Was ich sagen will, ist, ich bin eine andere Person. Und das ist gut. Ich will jetzt Menschen helfen. Nicht nur mir selbst. Ja, sie müssen unbedingt rüberkriegen. Durch die Berge sind wir nicht gegangen. Wer ist da mit Zoe? Da waren wir ja schon drei, vier Mal. Müssen wir hier schleichen, oder? Ich meine, ist auch okay. Ja, sehr schön. Hier habe ich aber schon gesessen. Fantastisch. Fantastisch. Obwohl alles, was hier falsch ist, ist noch immer so viel Schönheit. Okay. Das ist es. Ich will etwas probieren. ECHO! 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 Ich weiß, schiebe. Aber ich wollte das immer so machen. Ah! Hier liegt so ein Baumstamm. Du musst selbst 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 ein ziemlich großartige Gehen gehabt. Sag mir über das. Ist es nur, weil wir ein tyrannisches Kind als Präsidenten haben? Vielleicht gibt es etwas in der Wasser, von all der Drillung. Wir hängen ein bisschen zurück. Der Kaffee sollte nur da oben sein. Wieder. Ich denke. Seid mich! Tue ich doch. Ich kann bloß nicht sprinten. Können wir da jetzt gemeinsam was an die Wand kritzeln? Jeder hat hier seine Wegmarkierung. Der Weg, den wir genommen haben. Macht hier seine Markierung. Guck. Naja. Der Ende nicht ganz so, aber... Ah. So ist bei etwas. Ah. Die Brigade. Du bist ein Revolutionärer, ich sehe. Just wie ich. Hyped. Damit es so hier angehört. Das Radio war richtig. Ich kann nicht glauben, dass dieses Ort wirklich existiert. Es ist so cool. Ja. Und ich habe keine Luft aufgesetzt. Geht. Wer hat andere liegen lassen? Wir haben kein Geld. Geld können wir nicht mitnehmen. Schade. Ich dachte, das können wir jetzt gebrauchen. Ein Notizbuch Wir haben uns anderen geholfen Ich habe einem anderen geholfen damit Ich dachte wir hinterlassen das für uns selbst Für andere Morants die wir machen Das wäre noch cooler gewesen Wir haben Streifhölzer Jetzt brauchen wir nur eine Bombe Stockholz 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 Ok wo sollen wir jetzt einen Feier machen Ich bin schon da Aber wo Aber hier ist der Weg versperrt Ist nicht gut Das wird ein schönes Feuer Das wird ein schönes Feuer Das ist eine Frage Die 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 Kennst du, wie früher ich gesagt wollte, dass ich Menschen helfen wollte? Nun, das ist so, wie ich es mache. Vor allem nicht von Sonja Sánchez, aber ledigliche Antwort legitimiert die Frage und seht Zweifel im Kopf der Wähler. Und das können wir nicht zulassen, nicht wenn wir hoffen, diese Frau zu schlagen. Wir alle wissen, dass an dem Tag Leben verloren ging. Friedrich, Brigaden hin oder her, aber was wir an dem Tag getan haben, in dem wir den Wehrkopf jagten, war es wert. Stell dir mal vor, was sie uns antun würden, wenn sie jemals an die Macht kämen, der Präsident. Dann bist du da angekommen. , was es sagt? . . . . . . Das war ja klar Und jetzt gibt es Beweis dafür Warum würde das machen wir uns klar um die Wahl zu gewinnen Um gegen die Regierungen zu wettern Ich sage nur, mein Vater hat eine sehr wichtige Position in der Regierungen Ich werde, ich meine, ich werde versuchen Die Brigadier werden mir helfen in der anderen Seite Als ich auf die Grenze kommen, sie mir ein Signal senden Und wenn ich überrasse, wenn ich überrasse Ich werde das mit allen anderen News-Authleten verhelfen Das ist großartig Ich habe mich überrascht, wenn ich mich überrasse Ich werde mich überrascht, dann Ich werde mich überrascht, dann Ich werde mich überrascht, das ist nicht einfach Ich werde mich überrascht Ich werde mich überrascht Und hoffentlich. Das ist doch mal ein cooler Ort. Zum Campen. Camping unter Wasserfall. Und wieder fit. Ui. Sonja weg. Bitte nein. Lieber, ich stelle gerade fest, dass ich nie deinen Namen erfahren habe. Vielleicht ist es dämlich, aber ich habe geschlossen zu gehen. Ach Mann. Sorry. Ich denke einfach, es ist besser, wenn ich alleine die Grenze überquere. Es ist zu gefährlich und ich möchte nicht, dass dir etwas Schlimmes zustößt. Viel Glück beim Überqueren. Ich werde an dich denken, mein Freund. Ich hoffe, dich eines Tages auf der anderen Seite wieder zu sehen. PS. In der Nähe des Ausgangs gibt es einen großen Felsen, der etwas wackelig aussieht. Ich hoffe, dass er sich nicht bewegt und nicht dir Probleme bereitet. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Verdammt, Mann. Ich wollte hinter dir her. Wir müssen jetzt hier hinterher. Wir müssen gemeinsam die Grenze überqueren. Verdammt. Wenn wir jetzt Musik hören. Verdammt, Mann. So, ja. Schon wieder an der Grenze. Oh, so wie 100%. Wir haben 100% so abgeschlossen. So ist die Story. Das ist sogar die Grenze. Das ist wirklich nicht da. Es ist du. Es ist schön, dass du dich sehen kannst. Ich dachte, dass wir uns nie wiedersehen können. Ich hoffe, dass du nicht wütigst mit mir über die Habe. Ich habe nur versucht, dich zu helfen. Wirklich. Danke, dass du verstehst. Ich hoffe, dass du nicht wütigst. Sie müssen die Wachmann anbieten. Tent? Ich kann schon wieder nicht rannen Er ist ziemlich scheiße, aber ja Mit der blöden Grenze Aber nicht mehr den Weg Das sind die Schleuser Ich habe absolut nur Geld Bei 5 Geld habe ich 5 Tonnen Das ist die Brigade Sean weiß, ich bin mit der Brigade Er ist cool Was ist das? Schau dich an diese Fahrzeuge Sie verkaufen unsere Ressourcen für den resten der Welt Aber 99% unserer Leute wird niemals von diesem Geld Das alles geht an Tyrak und seine Kronik Including meinen Vater Mit der Brünen Mehrhão Viele Wann Du kann Lesen Josef Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020